Also mein Name ist Milko Kirchgeorg. Ich arbeite seit zwei Jahren beim BVO in der Haustechnik. Mir macht der Job Spaß, weil ich hier alles mache, leite, organisiere, organisieren muss. Ich habe Mitarbeiter, mit denen arbeite ich gerne zusammen. Es ist vielseitig und das Allerschönste ist das Feedback, was wir von den Bewohnern bekommen. Das Lächeln, was sie uns schenken. Das macht Spaß an meinem Job. Möchtung